Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Und ja, wir waren ja hier noch dran gewesen mit unserem, ja, mit unserer Farm da quasi. Jetzt muss ich mal eben was futtern. Und ich wollte ja eigentlich, achso, habe ich ja schon, okay, dann können wir ja da hinlaufen. Ich wollte ja Holz mitnehmen. Und, so, okay, so, packen wir da erst mal das Holz hin. Und dann wollten wir ja anfangen hier, ja, diese kleine Hütte zu bauen quasi. Na, aber bevor wir das machen, mache ich jetzt mal eben hier einen, äh, ja, ups, ja, einen Weg nach unten, wollte ich sagen. Ähm, aber das Inventar ist auch schon wieder so, sowas von voll. Oh, das war ja sogar richtig. Äh, ja, ne, das Inventar ist auf jeden Fall so voll, dass ich da, dass ich da mal ausmisten muss. So, jetzt machen wir hier mal eben so einen Weg runter. Und dann können wir im Prinzip auch hier das alles einmal durchziehen. So. Ziehen wir das alles einmal durch hier. Dann haben wir hier auch einmal alles so ein bisschen perfekter. Ja, so. La, 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 ja, auf jeden Fall, wir haben noch einiges zuvor, also, ein für sich. Also, ich bin hier lang noch nicht fertig, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber, es ist wahr. Ne, und, äh, so langsam, finde ich auch, kommen wir so ein bisschen auch ins Rollen hier. Haha, ins Rollen. Genau. So, auf jeden Fall, äh, ja, steht noch einiges, steht noch einiges an. Und das müssen wir natürlich, ähm, noch alles, ja, fertig bringen, sag ich mal. So, ich knall hier mal wieder ein bisschen Licht rein. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ein, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehner. Hm. So, äh, lass mich mal eben überlegen hier. So. Dann kann man da theoretisch reinspringen und kriegt alles. Ja, da sollte natürlich dann auch alles reinlaufen. Das können wir ja mal eben ausprobieren. Indem wir... Ha, ich bin ja so schlau. Haha. Okay, ähm, ja, hier müssen wir natürlich offen lassen. Ne, so schlau wie wir ja auch sind. Und, aber ansonsten fließt ja nichts runter. Verstehst? Der Wassergraben ist zwar schön und gut da an der Seite, aber dann, äh, kommt ja im Prinzip nichts da rein. So. Klick. So, es wird schon wieder Nacht. So, äh, den noch da weg. So, äh, jetzt müsste ich im Prinzip, da können wir hoch, weil da ist, äh, vertrocknet. Warum auch immer, keine Ahnung. So, jetzt... Hä, warum vertrocknet denn das alles? Check ich nicht. Ach, das ist wahrscheinlich, weil die ganzen Tiere da die ganze Zeit drumherum hüpfen. Da, guck. So, pass auf, machen wir die einfach mal weg da. So, und dann machen wir hier gleich folgendes. Machen wir hier gleich mal folgendes. Ähm, jetzt wollte ich ja mal eben probieren, wenn ich jetzt da quasi einen Stein reinwerfe. Äh, toll. So, gut hingekriegt. So, ähm, ich wollte sagen, wenn ich hier oben einen Stein oder sowas reinwerfe oder so. Ja, von mir aus auch die. So, das heißt, ich muss da einen hin haben. Da läuft der hin und dann machen wir hier auch noch einen hin. So, machen wir halt drei Eingänge für jedes Feld dann halt irgendwie so einen oder so. Und diese scheiß Tiere, Alter, die können mal sich alle hier verpissen von meinem Feld. Macht mir mal eine ganze Ernte kaputt, Freunde. Das finde ich echt nicht okay. So, aber, da ist meine Spitzhacke okay. Das heißt, wir machen das hier so. Und hier machen wir das eben so. So, ja, sieht zwar natürlich ein bisschen blöd jetzt aus, aber, warte mal, wir können ja auch im Prinzip, im Prinzip, warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich noch irgendwie Platz? Ne, habe ich nicht. Den machen wir uns gleich, aber einfach mal. So, die brauchen wir. Okay. So, pass auf, was passiert denn, wenn wir hier jetzt einfach mal ein paar Slaps hinlegen? Das geht ja, ne? So, weil dann können wir hier nämlich ganz locker und viel besser rein. Das ist dann auch alles viel schöner. So. Ach, cool, Alter. Sorry, aber es geht nicht anders. So, jetzt überlege ich, ob ich hier Slaps reinlege oder ob ich hier ganz normale reinlege. Aber ich glaube, ich lege hier normale rein, weil sonst wird das schwierig nachher mit dem Bauen. So. Hupser. So, weg damit. So, und dann, wenn wir das gleich, ey, fertig haben, dann können wir nämlich nochmal was anderes machen. Ja, jetzt machen wir hier mal ein paar Steine weg. Die haben wir auch mehr wie genug von. Deswegen geht das ja. So. Ja, gut, dann haben wir hier unsere Fächer. Das ist dann auch ganz nice, so. Na gut, das ist dann alles so ganz schön. So, dann gehen wir hier runter, dann haben wir hier unsere... Das gefällt mir irgendwie noch nicht so direkt, muss ich gerade mal so sagen. Was ist denn, wenn wir das alles ein wenig vorziehen, Freunde? Dass wir das so machen. So. Und... Dann haben wir hier so eine kleine Spalte. Das ist auch ganz gut so. Dann machen wir hier noch die Lichter rüber. So. Und dann passt das. Dann können wir jetzt hier quasi... Nochmal die Wände reinziehen. Und dann würde das auch passen. Nimm ich mal an. Schauen jetzt gleich mal, wie das... Ups. Wie das aussieht. Ja, auf jeden Fall, äh, gibt es hier noch einiges zu tun. Wie ihr ja selber seht. Wir kommen hier von einem zum anderen. Ohne irgendwie mal das eine oder andere wirklich zu beenden oder fertig zu stellen. Aber... Hey Leute, das ist Minecraft. Da kann man... Das ist nun mal so. Da können wir auch nichts... Nichts für. Ne, weil wenn man nach Ideen sprießt, dann muss man die natürlich auch sofort umsetzen. Weil bei der nächsten... Oder beim nächsten Mal sind sie dann natürlich alle... Sag ich mal futsch. Verloren. Weil man dann, äh, nicht mehr in dieser kreativen Phase oder so ist. Ne, kennt ihr ja sicherlich selbst, wenn ich sage, wenn du sagst, ja mach ich morgen und morgen hast du es dann vergessen. Und dann, ja, hm, was wollte ich denn gestern noch mal gemacht haben? Tja, gute Frage. Keine Ahnung. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Siehste? Und deswegen... Machen wir das dann direkt. So, jetzt könnte ich ja da mal eben... Ähm... Ach komm, Alter, hau hier den ganzen Käse mal raus aus meinem Inventar. Den wir eh nicht brauchen. So. Mach ich hier mal eben ein paar Treppen. So. Klick. So, sind sie da. So, dann können wir da noch einen von denen reinhauen. Da den, da den. So. Könnten wir auch im Prinzip... Ach, halt, halt, die Backen. Können wir da natürlich auch, äh... Steine rein kloppen. So. Hier das gleiche. So. Jetzt müssen wir nur noch mal schauen, wie wir das dann da machen. Ob ich da dann auch noch mal Steine rein haue oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Oder ob ich da mit Holz weitermache. Mal schauen. Auf jeden Fall. Machen wir das jetzt mal so. Dass, äh... Dass wir da auf jeden Fall jetzt erstmal ein Hütchen hinbauen. Ich weiß noch nicht wie. Warte mal, ich mach mal eben, äh... Kurze Überdenkungsphase, genau. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann würde das quasi hier sein. Quasi da. So, haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und acht. So, das würde dann, sag ich mal, das Häuschen sein. Ich weiß aber noch nicht, ähm, ob ich das noch nicht noch ein bisschen weiter hier rausziehen soll. Beziehungsweise weiter darüber. Ähm. Dann wäre das hier so ein bisschen, bisschen komisch mit dem... Oh, ja, Abstieg, sag ich mal. Ähm, ja, das würde noch gehen. Verpiss dich, du scheiß Golem, Alter. Wenn du mir irgendwas kaputt machst, Kollege, ne? Dann dreh ich aber richtig am Rad hier. Alter. Lass mich in Ruhe. So, jetzt könnten wir natürlich, pass mal auf, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was ist das, acht? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Warte mal. Äh, äh, äh. Ja, warte, wir machen das hier. Hier einer hin. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bis dahin. Und dann bis, äh, hier. Äh, so, nein, nicht da. Hier. So. Dann, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wollen wir mal schauen, ob wir da auch rauskommen und das Ganze treffen. Tja, sehr schön. Tun wir sogar. Mensch, wer, Mensch, wer hätte das gedacht, man? Mann, Mann, Mann. Sind da wirklich hier eingespielt so langsam? Nicht, nicht schlecht. So, jetzt krabbeln wir hier den ganzen Käse mal raus. Dü, 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 dü. Ja, das dauert natürlich immer ein Augenblickchen, aber das kriegen wir alles hin. Ähm, jetzt müssen wir hier das alles noch wegnehmen. Nehmen wir den halben Berg da noch mit weg, natürlich. So, 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 so. Alter, das wird so eh riesig irgendwie alles. So, so, so. Vielen Dank.